Solche Rennen, wie jetzt die Hornattacke und der Nötze Alpinmarathon, sind bei uns schon ihre für die strengsten Rennen und ihre für die schönsten Rennen. Ich trainiere einmal in der Woche fünf bis sechs Mal sicher und mache halben wöchentlich in die zwischen 12.000 und 15.000 Höhenmeter. Bis man einmal die erste Höhe hat, die fünf bis 600 Tonnenmeter, ist schon steil und ist echt streng. Aber normal versuche ich wirklich das meiste zu laufen und hoffe halt auch und auch, dass ich einmal einmal noch zu den Ski komme, was auch wirklich meine Stärke ist. Wenn man da abfällt, wo nach Hitauern kommt, die Leute jubeln, das ist schon schön. Das ist echt eine schöne Veranstaltung und die hat in vielen, auch wenn sie sagen, mei, mach das halt, lass Höhe unterpacken nicht, um sie halt länger arbeiten wie mehr vielleicht, aber sicher die gleiche Freiheit, wenn sie irgend sein, wie mehr auch.